Okay, das habe ich mir leider gedacht. Was ich gut fand, ich war überrascht, war diese Ranger-Shotgun. Die fand ich nicht schlecht. Also im vorherigen Spiel. Ah, im vorherigen. Okay, ja stimmt, die war gar nicht so schlecht. Da war ich überrascht. Ich dachte eigentlich, dass die total sackt, aber die ist echt okay. Die hat ziemlich weit geschossen, wenn du gezielt hast. Ah ja, eher darum Ranger wahrscheinlich. Also wenn du praktisch gezielt hast, hattest du wirklich auch auf weiter Flore mit gut treffen können. Und jetzt, ja also die Doppel lasse ich ja nicht liegen, wenn es geht. Ja, wieder immer nur die Auto-Shotgun, oder? Ah, die Auto oder sogar die Strike. Okay, wow. Also die ist, in der Shotgun nehme ich schon immer mit. Aber wie gesagt, die Doppel wird es eigentlich fast nie. Ach, du bist... Ja, sorry. Äh, der... Die Update... Der Update-Sound ist freaky. Äh, hier hat es... Dings, Fässer? So, ich habe meine Pistole, oder mach ich was? Ich habe tatsächlich meinen allerersten Kill mit einer Pistole gekriegt. Ja, das geht schon immer so. Ja, muss nicht so. Du kannst den auch anziehen. Warte zu sehen. Okay. Ausschießen und dann musst du springen drücken. Also... Okay, ah, jetzt, ja. Genau, das Ding ab und dann springen. Ja, ganz ehrlich, das vergesse ich auch jedes Mal. Jedes Mal muss ich das ausdrucken von neuem. Äh, achso, du bist schon... Ne, ich bin hier. Ne, ich bin hier. Ja. Äh... Ah! 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 Oh! Okay. Auf Schienen. Also, du bekommst auch Hunderwundenschienen. Wenn du jetzt dich halt weg... äh... Achso. Wegdingelst. Genau, kommst da runter. Okay, jetzt eine Truhe. Also, ich habe zwei Shotguns jetzt. Ähm... Willst du eine Auto-Shotgun? Okay. Warte. Ah... Da ist eine Ranger. Oh! Achso. Ne. Ach, ne. Ah, die, die, die Bärin da. Sehr schön. Also, wenn du eine blaue Pistole willst... Ne, danke. Lichter... Da wären noch... Da wären noch mal... Fässers. Ja. Da ist eine Sniper. Oh! Eine Dragunov. Geil. Ich komm mal. Äh... Ich bin bei dir gewesen jetzt. Achso. Okay. Also, da ist eine Sniper. Da hatte ich gehofft, dass du dir ausprobierst im Video, aber bist nicht mehr dazu gekommen. So. Okay. Was sind's denn? Äh... Ich hab sie dir... Wohin gelegt? Nirgends? Äh... Doch, aber ich hab sie... Ich hab sie markiert tatsächlich. Und dann vergessen, wo sie war. Äh... Ne, da musst du eingesammelt haben. Ich sehe die nicht. Ne. Ne, nicht da. Also, irgendwo anders war das, wo ich's markiert hab. Achso. Ich da bei dir. Äh, da ist die Pistole. Ja, aber... Äh, da wo die Pistole liegt, da eigentlich hätte die Shotgun sein müssen. Ach, die Shotgun. Die hab ich eingesetzt. Ich hab gedacht, du hast... Ja. Warte, mach. Das wollte ich grad. Ich wollte... Da hier. Ja. 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 Ja, genau. Die DMR hab ich. Willst du sie haben? Nö, kannst du ballen. Die ist gut. Okay. Ich find die halt auch... Das ist halt wieder der Punkt, warum ich Waffen cool find von der Ästhetik her. Ja. Und die DMR und Dragunov, die gehört halt genau zu diesen Gewehren, die ich ästhetisch irgendwie ziemlich geil finde. Äh, sollen wir mal los. Die Zone fängt jetzt an zu schrumpfen. Können wir tun. Da war grad so ein Absprungbrett da. Oh, da. Jo. Dann machen wir den mal so. Auf der anderen Seite hier ist glaub ich dann auch das... Äh... Ja, wir sind ja schon da. Mhm. Wir sind ja eh schon da. Ach so, die Zone. Die Sicherheitszone. Ähm... Also ich find's... Viel zu bunt alles. Ja. Was... Was war denn das Ende? Also du hattest gemeint, das Event sei ganz nett gewesen. Äh... Weißt du das? Ja... Überlegen. Also wir haben gewonnen, so wie es sich auss... Sieht. Ähm... Jetzt hast du mich erwischt. Haha, okay. Äh, ich weiß nur noch, dass es eventuell relativ kurz war, aber warte mal. Ich sag, dass es mir wieder einfällt. Was meinst du? Ich sag es dir, wenn es mir wieder einfällt. Ach so, jetzt... Ja. 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 Nämlich kurz. Aber es war nicht schön gemacht, von daher... Naja... Okay. Also es hat ein bisschen was von... Wie heißt das Spiel, wo man mit Farbe rumschießt? Ähm... Splatoon, glaub ich. Splatoon, genau. Richtig. So, ja. Ja. Also das auf der Wii meinst... Äh, nicht auf den Wii, auf der Switch meinst du, ne? Ja, genau. Beziehungsweise doch, auf der Wii U war es auch. Da ist gerade einer mit dem Bus gekommen, glaub ich, ja. Da rennt einer rum. Ja, dann gehen wir doch mal einen Besuch. Okay. Also ich hab jetzt einen Kill mit der Doppel-Shotgun, aber ich kann mir vorstellen, dass das... Au, ich muss... Ja, jetzt mach ich ja doch Dailies. Krähen, killen. Ja, mach einfach. Ah, ist weggeflogen, ich seh's nicht mehr. Na, fuck. Alles gut. Kill deine Creme. DM... So, falls du das Ding mir mögen solltest... Das habe ich noch nicht zur Genüge ausprobiert. Also ich mag's in grün nicht, da ist es... Da ist es mir... Da schießt es zu langsam und zu ungenau. Ah, okay. Okay, okay. Gut. Ab blau kann man's benutzen, wenn man nix anderes hat. Ähm... Aber gibt's ja nicht... Ah ne, es gibt keine Upgrade-Station hier. Äh, doch. Gibt's sogar hier. Ah, okay. Weil... Dann könnte ich's ja upgraden. Stimmt. Wenn ich Geld hätte. Hahaha. Ich hab noch 37 Geld. Gibt's niemand? Äh... Äh... Da merkt man wieder Anfang der Season. Hahaha. Oh, vielen Dank. Also blau geht. Ab blau geht's. Ab blau geht's. Aber... Naja... Wie gesagt, bei grün... Ab grün lasse ich's eigentlich liegen. Wenn ich... Also da geht's eigentlich... Fast alles andere besser. Okay. Ah, da ist ne Auto-Shotgun. Da lass ich mal meine Double-Shotgun-Dings da liegen. Aber die DMR ist gut. Die mag ich. Ja, hat halt wieder ein riesen Magazin, gell. Das ist halt geil. Ja. Und die hat allein auch ein Zielfernrohr, das halt weit schießt. Mhm. Macht jetzt nicht so viel Schaden. Aber du kannst halt richtig schön weit schauen damit. Ja. Ach, da ist der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Sebastian. Ach. Man kann auf Schweinen reiten, was? Ja. Und auf Wölfen. Okay. Man kann auf Schweinen reiten. Und ich habe jetzt auch eingestellt, dass ich mit denen rennen kann. Okay. Weil das war bei mir nicht eingestellt. Und ich bin dann die ganze Zeit durchgelaufen mit dem Schwein. Wie? Wie nicht eingestellt? Äh... Ich weiß nicht wieso, aber auf dem PC bei mir war das nicht voreingestellt. Aber das war einfach blank. Okay. Okay. Was zur Hölle. Nehmen wir mal das mit. Also hier hätte ich drei Medi-Kids. Ich weiß nicht. Ich habe aber jetzt einen Spray mal mitgenommen. Ich habe noch keinen Spray gefunden. Aber ich habe noch einen großen Blautrank. Äh... Lass den Blautrank hier. Hallo Sebastian. Dann habe ich drei große Blautränke und du nimmst die drei Medi-Packs mit. Jawohl. Das Schwein trägt deinen Namen. Dein Icon. Dein Icon. Äh... Wo sind die Medi-Kids? Da. Auf der Brücke einfach drüber laufen. Ah ja. Ah ja. Gut. Das Schwein liebt den Toni. Ja. Das ist witzig bei Toni. Das sieht aus, als wenn du seitwärts läufst. Also dein Pfeil ist bei mir seitwärts. Ja. Was das Geile ist... Ihr kennt doch Schafkopf, oder? Ja. Vom Namen her. Nie gespielt. Aber hier die Neunerdelkarten kennt ihr, oder? Schellen... Herz... Ja, ja. Genau. Interessanterweise habe ich da auch gerade ein Buch dazu gelesen. Also... Die Schellenass hat ein Wildschwein, das gerade von einem Jagdhund angefallen wird. Okay. Deswegen heißt die im... Deswegen heißt die im Volksmund auch die Hunsgfikte. Und irgendwie... Sehr blumig. Ja. Oh. Dass ich jetzt Toni zugeguckt habe, wie er auf seinem Schweinchen... Nimmst du die mit Toni? Wenn du sie nicht mitnimmst, nimm ich sie mit. Aber du kannst auch... Ja, nimm du mit. Erfahrungsgemäß bin ich nicht so gut mit Snipern. Jo. Es kommt eh. Hat das Schwein jetzt ein Schild eigentlich? Kann das sein? Ja. Kann man da ein Rammschild dran machen? Man kann... Na, das Rammschild kann man nicht dran machen, aber... Oh! Wir sollten los. Ja. Ach scheiße. Autsch. Aude. Was ist das jetzt gewesen? Ich bin neben dem Sprung-Ding. Ach. Das ist ein Sprung-Ding. Ja, okay. Ja, genau. Das ist ja letztendlich bunter. Ich seh's schon, ja. Etwas. Also wie ein LSD-Traum. Also wie ich mir den vorstell' zumindest. Ah. Ich frag mich grad, ob das bei mir jetzt dann auch, wenn ich mitspiele, so eine beschissene Grafik ist. Also die Grafik ist jetzt nochmal beschissener als vorher. Echt? Hm. Ja. Fällt mir, fällt mir jetzt nix auf. Also bei mir lädt er die Baumtexturen irgendwie erst, wenn du ein Meter davor stößt. Ne. Okay. Soll ich eigentlich nicht machen. Obwohl, ne. Jetzt hat es ja einmal geladen, jetzt schauen alle Dolme halbwegs normal aus. Ja, das kann doch nicht sein, dass er erschlagen musste. Lassen wir stehen und durch dich auffüllen. Ähm. Ich hab in der letzten Season festgestellt, dass es auch geheime Aufträge gab. Aber ich hab nie rausgefunden. Also da gab's nie wirklich Belohnungen dafür. Hm. Dann brauch ich auch keine Aufträge. Ja, ja. Also das hatte irgendwas mit den Klombo-Bären zum Beispiel. Ich hatte dann die Klombo-Bären gesammelt. Und hab dann, da kam Secret, ähm, bla, Auftrag, Fasel, sammel sechs Klombo-Bären. Okay. Und da gab's auch, äh, drei, drei, ähm, wie sagt man, Felsformationen, die aussahen wie Klombos und die dich auch in die Luft, äh, ähm, also die auch diese Fontäne hatten. Aber da hab ich auch nur einen gefunden und danach nicht mehr gespielt. Darum. Ja. Wo nicht das so zwei Snipers ist ab sich, oder? Ja, ja. Ja. Okay, ich weiß, was du meinst mit der Hammer. Dass die zu langsam ist. Genau, ja. Also ist eigentlich das, was vorher die Ranger war. Ist die Ranger jetzt schneller? Äh, nö, aber ich find's, äh, genauer. Okay. Schneller ist sie nicht, aber genauer hab ich den Eindruck. Gut, okay, ich mein, äh, die Hammer ist immer noch schneller, aber ja, okay, also wahrscheinlich die, äh, sagt man mal in die Zone, die MK7 ist, gibt's wahrscheinlich noch nicht, vielleicht gibt's jetzt ja bald irgendwann. Dann? Hier gibt's auf jeden Fall noch nicht. Was ist die MK7? Das ist die gute. Ach, ne, das die AUG. Ne, ne, die MK7, die, das war die erste Soul-Drive. AK7 40. Ne, 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 die MK7. Ja, die MK7, die, das AK7 40 von Fortnite. Ne, das ist die Ranger. Die, die M4 von Fortnite. Die, die M16 von Fortnite. scheiße du meinst du vom kult status her ja genau ach so ich dachte optisch gerne mal siehst dann mal ja aber ich weiß ja nicht woher aber schön ist auf dich nicht schießt doch er hat doch nicht da ja genau er kommt auf den schwein geritten oder auf den wolf sind zwei oben auf dem bär ja ich treffe halt gar nichts ich habe einen dauer es ist das hier eine zwei schuss schuld für den gold man kann es versuchen ich lass es bleiben also rein theoretisch klingen die ja richtig gut wer ist ein timid 1 2 3 4 5 der probiert ja das ist ein kumpel von der mann so was war mir ich sage da hoch und du möchtest weiter zwei seiten ja ja das ist jetzt ich hoffe mal die sind direkt vor mir ich glaube deswegen frage ich die zone immer kleiner ihr habt jetzt schießen könnte ja ich habe habe was gehört aber nicht drauf geachtet ich war vor gear geblendet lauter goldene waffen und so ein bisschen noch zwei das war wohl der schuss dem akkert haben das ist nichts ja da waren sie damit glaube ich ist nichts sehr ermutigen weiß ich weiß nicht wenn du zuschaufst toni ok deswegen weiß ich auch nicht wenn es rechts ja wenn dann sind sie jetzt weg einer star machen machen lang geplatzt ich habe eine goldene dma gehabt darum ging das so schnell die goldene dma ist schon da nehme ich doch mal auf was passiert ist ich habe nicht getroffen aber ach so die lobby habe ich... steuer alle menino 那 lackNA ich probier das he she ha 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 same